Gewitter! Toll! Oh, da weint jemand! Genau! Was macht ihr hier? Wir haben Angst vorm Gewitter! Habt keine Angst! Lasst uns spielen gehen! Komm, komm, komm! Nein, nein, nein! Mir ist alleine so langweilig! Ich komme zu euch! Wir haben hier keinen Platz! Du passt nicht rein! Ich hab's! Wir haben hier keinen Platz. Wie toll! Yeah! Schau mal, was für ein Haus! Lass uns gemeinsam Angst haben! Nein! Schau, ich habe einen Regenschirm. Kommst du jetzt? Ja! Wui! Ich glaube, Emily hat Hunger. Und was sollen wir machen? In die Küche gehen und das Fläschchen holen. Ich habe Angst. Hier hast du einen Schirm. Gut. Hier ist die Küche. Wo ist das Fläschchen? Hier nicht. In der Geschirrspülmaschine auch nicht. Da ist es nicht. Das auch nicht. Das ist es gar nicht. Gefunden. Emily, ich komme. Es ist, Emily. Oh, ich glaube, der Regen ist vorbei. Ja? Lass uns rausgehen und in den Pfützen hüpfen. Genau. Bitte sehr. Klasse. Möge. Ja? Oh, es regnet immer noch. Okay, lass uns nach Hause gehen. Nein, nein, nein. Ich habe Regenschirme. Wow. Wow. Keine Angst. Schau, was für eine Pfütze. Komm. Ich mag es, im Regen zu spazieren. Tschüss. 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 Schau. 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 Schau.